Was haben denn die Juden für Vorteil, oder was nützt die Beschneidung? Für wahr sehr viel, zum ersten, ihnen ist vertraut, was Gott geredet hat. Dass aber etliche nicht daran glauben, was liegt daran? Sollte ihr Unglaube Gottes Glauben aufheben? Das sei ferne, es bleibe vielmehr also, dass Gott sei wahrhaftig und alle Menschen Lügner, wie geschrieben steht. Auf das du gerecht seist in deinen Worten und überwindest, wenn du gerichtet wirst. Ist's aber also, dass unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit preist? Was wollen wir sagen? Ist denn Gott auch ungerecht, dass er darüber zürnt? Ich rede also auf Menschenweise. Das sei ferne, wie könnte sonst Gott die Welt richten? Denn so die Wahrheit Gottes durch meine Lüge herrlicher wird zu seinem Preis. Warum sollte ich denn noch als ein Sünder gerichtet werden? Und nicht vielmehr also tun, wie wir gelästert werden und wie etliche sprechen, dass wir sagen, lasst uns Übles tun, auf das Gutes daraus komme. Welcher Verdammnis ist ganz recht. Was sagen wir denn nun? Haben wir einen Vorteil? Gar keinen. Denn wir haben drum bewiesen, dass beide, Juden und Griechen, alle unter der Sünde sind, wie denn geschrieben steht. Da ist nicht, der gerecht sei, auch nicht einer. Da ist nicht, der verständig sei. Da ist nicht, der nach Gott frage. Sie sind alle abgewichen und allesamt untüchtig geworden. Da ist nicht, der Gutes tue, auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen handeln sie trügerisch. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße sind eilend, Blut zu vergießen. Auf ihren Wegen ist eitel Schaden und Herzeleid. Wir wissen aber, dass, was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, auf das aller Mund verstopft werde und alle Welt Gott schuldig sei. Darum, dass kein Fleisch durch das Gesetzeswerke vor ihm gerecht sein kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart und bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich sage aber von solcher Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesum Christum, zu allen und auf alle, die da glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allzumal Sünder und mangelndes Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, so durch Christum Jesum geschehen ist. Welchen Gott hat vorgestellt, zu einem Gnadenstuhl durch den Glauben in seinem Blut, damit er die Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, darbiete in dem, dass er Sünde vergibt, welche bisher geblieben war unter göttlicher Geduld. Auf dass er zu diesen Zeiten darböte die Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, auf dass er allein gerecht sei und gerecht mache den, der da ist, des Glaubens an Jesum. Wo bleibt nun der Ruhm? Er ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch der Werkegesetz. Nicht also, sondern durch des Glaubensgesetz. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Oder ist Gott allein der Judengott? Ist er nicht auch der Heidengott? Ja, freilich, auch der Heidengott. Sünde mal, es ist ein einiger Gott, der da gerecht macht die Beschnittenen aus dem Glauben und die Unbeschnittenen durch den Glauben. Wie? Heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne, sondern wir richten das Gesetz auf. Was sagen wir denn von unserem Vater Abraham, dass er gefunden habe nach dem Fleisch? Das sagen wir. Ist Abraham durch die Werke gerecht? So hat er wohl Ruhm, aber nicht vor Gott. Was sagt denn die Schrift? Abraham hat Gott geglaubt, und das ist ihm zu Gerechtigkeit gerechnet. Dem aber, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht. Dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Nach welcher Weise auch David sagt, dass die Seligkeit sei allein des Menschen, welchem Gott zugerechnet die Gerechtigkeit ohne Zutun der Werke. Da er spricht, Selig sind die, welchen ihre Ungerechtigkeiten vergeben sind und welchen ihre Sünden bedeckt sind. Selig ist der Mann, welchem Gott die Sünde nicht zurechnet. Nun, diese Seligkeit, geht sie über die Beschnittenen oder auch über die Unbeschnittenen. Wir müssen ja sagen, dass Abraham sei sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Wie ist er ihm denn zugerechnet? Als er beschnitten oder als er unbeschnitten war? Nicht als er beschnitten, sondern als er unbeschnitten war. Das Zeichen aber der Beschneidung empfing er zum Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, welchen er hatte, als er noch nicht beschnitten war, auf das er würde ein Vater aller, die da glauben und nicht beschnitten sind, dass ihnen solches auch gerechnet werde zu Gerechtigkeit. Und würde auch ein Vater der Beschneidung derer, die nicht allein beschnitten sind, sondern auch wandeln in den Fußstapfen des Glaubens, welcher war in unserem Vater Abraham, als er noch nicht beschnitten war. Denn die Verheißung, dass er sollte sein der Welterbe, ist nicht geschehen Abraham oder seinem Samen durch Gesetz, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Denn wo die vom Gesetz erben sind, so ist der Glaube nichts, und die Verheißung ist abgetan. Sind immer das Gesetz nur Zorn anrichtet, denn wo das Gesetz nicht ist, da ist auch keine Übertretung. Der Halben muss die Gerechtigkeit durch den Glauben kommen, auf dass sie sei aus Gnaden und die Verheißung festbleibe allem Samen, nicht dem allein, der unter dem Gesetz ist, sondern auch dem, der des Glaubens Abraham ist, welcher ist unser aller Vater, wie geschrieben steht, Ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Völker, vor Gott, dem er geglaubt hat, der da lebendig macht die Toten und ruft dem, was nicht ist, dass es sei. Und er hat geglaubt auf Hoffnung, da nichts zu hoffen war, auf das er würde ein Vater vieler Völker, wie denn zu ihm gesagt ist, Also soll dein Same sein. Und er ward nicht schwach im Glauben, sah auch nicht an seinen eigenen Leib, welcher schon erstorben war, weil er fast hundertjährig war, auch nicht den erstorbenen Leib der Sarah. Denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern ward stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs allergewisseste, das, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Darum ist es ihm auch zu Gerechtigkeit gerechnet. Das ist aber nicht geschrieben allein um seinetwillen, dass es ihm zugerechnet ist, sondern auch um unseretwillen, welchen es soll zugerechnet werden. So wir glauben an den, der unseren Herrn Jesus auferweckt hat von den Toten, welcher ist um unserer Sündenwillen dahingegeben und um unserer Gerechtigkeitwillen auferweckt. Nur ein Tor lehnt zu Rechtweisung ab. Lass vom Unglauben ab, durch den so viel Zerstörung, Krankheit und Verwahrlosung angerichtet wird. Entwickel den Glauben zum Guten und Richtigen und sei kein Zerstörer. Denn das Fundament eines dunklen Ortes ist Genusssucht, Trägheit, Feigheit und Ignoranz. Denn in Jesaja, Kapitel 5, Vers 20-21 ist folgendes nachzulesen. Schlimm wird es denen agieren, die das Böse Gut und das Gute Böse nennen. Schlimm wird es denen agieren, die sich in ihren Augen für weise und selbst für klug halten. Bestelle das Fibelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fibelzeit.de schlimm wird das Fibelheft zu schlimm wird es vor